Ich bin Ramona Fuchs, bin 23 und komme vom Sommerberg. Ich mag die Wiesn schon immer, also ich bin auch immer auf der Wiesn. Ich habe schon bei der Jury gesagt, wenn ich 14 Mal bin, dann bin ich selten und deswegen habe ich mir gedacht, passt das gut zu mir. Das Schönste ist jedes Jahr schön mit Freundinnen oder einer ganzen Gruppe da zu sein und einfach Spaß zu haben. Das Rosenheimer Herfest bedeutet für mich am meisten Tradition, weil ich schon als kleine Mädchen mit dem Trachtenverein hingegangen bin. Jetzt bin ich bei den Gebirgschützen am Sommerberg und bin auch jedes Jahr dort. Also es ist einfach Heimat. Ich stelle es mir so vor, dass man am Anfang zum Friseur geht und hergekriegt wird und dann haben wir schon Termine vorgeplant. Aber einfach Gaudi Home und auch die Leido Sticker mit meiner Freitruhe.